Willkommen zurück. Wir sind aktuell in Murmaut Hool und das Mutmut muss irgendwo hier oben sein, in der Ecke. Sehe ich da nochmal einen Spiegel? Ne, ganz viele Spiegel. Irgendjemand hortet hier offenbar Spiegel. Oder Teile von Spiegel. So, und hier oben müssen wir noch für das Buch der Taten jetzt was machen. Zum Beispiel diese Orkbarrikade wahrscheinlich vernichten. Ja. Dann ist hier noch ein Soldat. Wir machen das mal jetzt hier durch. Nehmen alle Aufgaben an, damit wir das Buch der Taten abschließen können. So, da vorne ist noch ein Schädelhaufen, den durchwühlen wir wahrscheinlich. Durchsucht Schädelhaufen natürlich. Ist hier noch ein Endgegner, der hier herumläuft. Da oben ist auch nochmal was. Oh, da ist noch eine primitive Maske. Brauchen wir auch. Ich will mir ja nicht nachsagen lassen, dass ich hier irgendwelche Quests nicht durchführe oder nicht mache. Wir wollen ja möglichst viel von Herdrecken hier online mitnehmen. Wer weiß, wie lange das Spiel noch läuft. Wie lange ist das Spiel noch gibt? Gibt? Hoffentlich ganz lange noch. Aber in der heutigen Welt weiß man das ja nie. Deswegen alles mitnehmen, was geht. So, hier oben. Da drüben blinkt es auch noch. Ich schatte mal ein hier. Damit ich das schneller erkennen kann. Aber noch kein Anführer, ne? Noch kein Schiff. Kann eigentlich gar nicht sein. So, gut. Ich nehme auch noch mit. Das sind auch noch Zelte, die offenbar blicken. Schön ins Kreuz geschlagen. Der arme Ork. Schön in die Wirbelsäule rein. So. Okay. Ach, das war die Aufgabe jetzt. Wir müssen nur eine machen. Höchststufe der Tugend erreicht. Schauen wir gleich mal. Wir haben die Tat abgeschlossen. Suche nach Abenteuer. Bekommen Attilas Celebrant Salben Zeichen und einen neuen Titel. Entdecker und Abenteurer. Ihr habt viele der versteckten Abenteuer in Selemelik gefunden. Und die Tugend ist auf höchster Stufe. Das ist momentan die hier unten, die Loyalität. Das heißt, wir wechseln mal auf die Gerechtigkeit. Da fehlen uns noch zwei Stufen derzeit. Der Rest vom Schützenfest wird auch noch gemacht. Auch wenn wir das schon abgeschlossen haben. fehlen immer noch die Masken, die hier so herumhängen. und ein Schädelhaufen. Ja, ist ja alles schön an einem Platz. Das passt schon. Knochen sind durch. Dann Orkzelt brauchen wir noch eins. Barrikade brauchen wir noch eins. Und eine Maske brauchen wir noch. Da ist noch die Maske. Es sind sogar noch zwei Masken da. Und dann die Orkzelte. Und dann die Orkzelte. Ah, das ist natürlich ganz hier oben. Natürlich. Aber wenn der Spiel jetzt glaubt, ich lasse das einfach links liegen. Dann hat es falsch gelaubt. Das Spiel. So. Gut. Damit ist das auch abgeschlossen. Wir haben schon wieder ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Es geht zurück in die 21. Halle. Ach Mist. Ich wollte ja noch nachschauen wegen der Quest, ne? Hier oben. Nicht vergessen. Müssen wir nochmal mit dem Mögerer hier voren sprechen. Er hat auf alle Fälle nochmal einen Ring. Ihr habt genug von Selim Melek gesehen. Was nun? Für die Dienste, die ihr uns erwiesen habt, werdet ihr in der 21. Halle stets willkommen sein, Tollfuß. Im Stall wartet eine Ziege, die den Weg dorthin bereits kennt, falls es euch nicht nach unnötigen Abenteuern gelüstet. Die Reise zur Orgwacht ist gefährlich und schwierig. Sprecht mit Ava in der Orgwacht. Jetzt muss ich da auch nochmal runter. Wo ist die Ziege, die er mir versprochen hat? Der Mögerer. Wird mir immer unsympathisch, ne? Zuerst leitet er seinen Freund hier schon in den Tod und jetzt verspricht er uns eine Ziege, die ich nirgends sehe. Jetzt müssen wir auch nochmal zur Orgwacht runter. Schnellreise kann ich jetzt hier nicht machen, weil die momentan noch Abklingzeit hat. Ja, guck mal. Das ist ja... Was bist du eigentlich... Ach, hier vorne. Das sind die... Hat weg gegen Staub, ja. Das ist die Aufgabe, die wir nicht machen können. Da ist die Ziege. Dankeschön. Da hätte er aber auch sagen können, dass die hier drüben steht. Das hätte er mir aber auch sagen können. Oh, habe ich noch irgendwas vergessen? Hier, bevor wir hier runterreisen. Wir müssen ins Steinfundament zurück. Die Aufgaben abgeben. Dann zur Orgwacht. Gelben Muster. Nördliche Steppe. Ne. Lodernden Tiefen. Mit Zwanr in Nutmelek müssen wir noch sprechen. Mit dem Bingo. Okay, alles gut. Also, wir können runter in die Orgwacht und dann hoffe ich mal, wie lange dauert das hier mit dem... mit der Abklingzeit. Zwei Minuten, zweieinhalb Minuten noch. So, der gute Herr ist hier vorne. Mit dem müssen wir einfach nur sprechen. Und dann hat sich das schon erledigt hier, denke ich mal. So, willkommen, willkommen. Bla, bla, bla. Und das war's. Genau. Gut. Dann müssen wir jetzt irgendwie ins Steinfundament kommen. Autis Lager, Knacks Lager, nee. Der Tag der Zwerge ist nah. Verschattete Zuflucht. Perfekt. Für 21 Silber, aber... Können wir da nicht... Da müssen wir doch irgendwie schnelle Reise machen können. Selbst in die 21 Teile komme ich nicht mehr. Na gut, egal. Dann werden wir mal kurz die zwei Minuten noch abwarten. Könnt ihr ja vorspulen, wenn euch nicht interessiert, was jetzt passiert. Ich würde es euch aber nicht raten, weil, wenn ihr jetzt vorspult, verpasst, da ganz was Wichtiges. Unter anderem das Einlösen der Hobbit-Geschenke. Wir bekommen nämlich drei Krams der Talmenschen und eine Vermächtnisruhne. Ich glaube, wir können sogar noch neu schmieden, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Liegen auch noch. Perfekt. noch nicht ausreichend bezahlt. So. Wir werden Casa Doom für dein Eisenfuß zurückaubern. Neuschmieden. Dann die Großarxt. Neuschmieden. Ganz viel Zeug identifizieren. Wir haben einen Gürtel gefunden. Der Gürtel aktuell. Oh, da ist noch ganz viele Punkte. Der Gürtel. Wir haben ja aktuell, ja, wir haben ja aktuell den zweiten Zeitalter-Gürtel. Wenn ich ihn finde. Oh, wir haben nicht mal den zweiten Zeitalter-Gürtel. Siehe ich gerade. Okay. Das heißt, wir können ja durchaus mal schauen, ob wir den neuen Gürtel sobald ich ihn finde nutzen können. Sobald ich ihn finde. Ne, Moment. So. Wo ist denn der Gürtel jetzt? Da ist er. So. Plus zwei Schildverwendungsrang. Plus vier Schildverwendungsrang. Luft holen, Luft holen, Schildschaden. Ausmaß von Gelübnis des Wächters erhöht. Ah, wenn. Wisst ihr was? Wir werden hier in den zweiten Zeitalter-Gürtel investieren, denke ich mal. Da spricht nichts dagegen. So, dann ein weiteres Rezept. Waffenbauer-Werkzeug. Braucht kein Mensch mehr. Dann nochmal zerliegen, das ganze Zeug. Alles zerliegen. Hat da einer gesperrt von den Gegenständen oder was ist da los? Ausgewählt. Alles. Dann. Wir haben ja immer noch dieses Reliktbündel hier. Jetzt sind die zwei schon wieder um. Das ist ja, also wie schnell geht das denn? Das ist ja schön. So, Gürtel, 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 bla bla bla. Was habe ich denn hier? Muss ich das erst? Ach, das muss ich erst öffnen. Ich dachte, das muss ich zerlegen. Ah. Ja gut, dass hier das das Zusammenlegen der entsprechenden Relikte das habe ich auch schon mittlerweile sehr vernachlässigt. Mittlerweile wurde das unbaut so gemacht, dass du nicht mehr 50 Mal alles kombinieren musst. Erstmal wieder schön alles hochbringen auf die höchste Stufe. Da sind wir eh schon angelangt. Okay. Gut, dann. Den Rest vom Schützenfest könnten wir noch kurz verkaufen. Eines Tages werde ich Bilvis Köpfe als Trophäen die Gesperrten nicht anzeigen. Bla 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 bla. Das können wir alles weg. Den taktischen Hut, den lassen wir weg. Schild der Ausdauer ist ein kleines Schild. Vermächtnisruhne. Zwergenschnitzereien lasse ich mal hier. behalte ich mir alles andere kommt weg. Gut, damit ist nämlich jetzt das Inventar wieder auch schön aufgeräumt. Und wir machen uns auf den Weg Richtung Ne, nicht verrotten der Keller. Überschattete Zuflucht und geben dort die Quests ab. Bin mal gespannt, was der Dietrich zu sagen hat. Eine Quest müsste ja noch kommen. Oh, und wir sind ja auch aufgestiegen. Da müssen wir auch noch schauen, ob wir noch einen Punkt ausgeben können. So viel zu tun wieder mal, ne? 14 Minuten schon wieder. So, Vioran, was habt ihr gesehen? Das Leuchte des Rungegesteins habt ihr also unbehalte verursacht. Interessant. Ich frage mich. Das kann doch nicht so einfach sein, oder? Könnte diese namenlose Dinge mit Wortensprache Rede mit Namen bekämpft werden? Er bekommt seine Unterhose. Nein, seine Überhose. Oder ein Armband. Die Situation ist empörend. Es ist eine gute Sache, dass ihr ein Paar dieser Orks vernichtet ab Tollfuß. Doch unsere Arbeit ist bei weitem noch nicht getan. Natürlich nicht. Ich frage mich, ob das schmutzige, stinkende, abgestandene Wasser, das diese Orks trinken, etwas mit ihrem entsetzlichen Zustand zu tun hat. Vielleicht würde es eine weitere Ausbreitung der Fungusinfektion verhindern, wenn man ihrem Wasservorrat frisches Wasser zuführt. Nehmt diesen Wasserschlauch und füllt ihn mit frischem Wasser. Kippt es in die Wasserstelle der Orks, dann wird es ihnen vielleicht besser gehen. Davon bin ich überzeugt. Der einzige Ort, an dem ihr hier frisches Wasser findet, liegt in der kleinen Höhle unweit von hier. Wenn ihr den Wasserschlauch gefüllt habt, kippt ihn in die Quelle der Orks in Dalgumru im Süden. Ich bezweifle, dass so ein kleiner Wasserschlauch hier einen Unterschied macht. Es ist ein trauriger Tag, Tollfuß, wenn ein Zwerg sich Sorgen muss, dass seine Überreste als Mahl dienen könnten, statt mit Respekt, Ehrerbietung und Grabreden bestattet zu werden. Wir heben wir einen Krug zu Ehren der Gefallenen. Sie werden gerecht werden. Schenkt mir einen Augenblick und sprecht mit mir. Wir werden uns rechen, Tollfuß. Es gibt keine andere Möglichkeit. Unsere Klingen werden singen, wenn sie aus den Scheiden gezogen werden. Das Wirbeln unserer Äxte wird schrill die Luft durchschneiden. Kehrt nach Masadum zurück und tötet die größte und grimmigste Kreatur, die ihr finden könnt. Macht ihnen klar, dass es ganz egal ist, ob sie Gesichter oder Köpfe besitzen. Wir fürchten selbst den Besten ihrer Verteidiger nicht. Masadum liegt am östlichen Ufer des Sees. Ein Blindschreiter. Den haben wir schon gesehen. Funguskönigin, ich weiß eure Hilfe sehr zu schätzen, Tollfuß. Es ist mir vollkommen egal, wie viele Spinnenköniginnen auftauchen. Ich bin wild entschlossen, sie alle zu vernichten. So, mittlere Rüstung, Panzerhandschuhe. Gut. Tat abgeschlossen, Aufgaben des Steinfundaments. Kommen noch mal Punkte und Erfahrung. Gut, dann sprechen wir mit dem Dietrich. Die Kunde unserer Tat wird sich schon verbreitet haben, hierher. Ich bin zutiefst beeindruckt, alle Zwerge sind tapfer und zäh, doch Rest hier gehört zu den Stärksten unter uns. Dass ihr ihn dennoch besiegt habt, zeigt mir, dass ihr wahrhaftig ein erfahrener Krieger und Wächter seid. Ihr habt die Prüfung bestanden und könnt meines Lobes und meiner Demut gewiss sein. Mein Herz drog mich nicht, als es mir sagte, dass ihr keiner Prüfung bedürftet. Doch ich hoffe, dass ihr mir vergeben könnt, denn meine Absichten waren lauter. Nun müssen wir vorwärts blicken, Tollfuß. Lasst uns eure nächste Aufgabe in Angriff nehmen. Oh Gott, jetzt müssen wir Drüsen sammeln. Zwar keine geringe Leistung, so weit zu kommen, Tollfuß. Meine Achtung vor euch ist gewachsen. Nun lasst uns die letzten Vorbereitungen treffen, bevor wir euch den Weg zu einem der ältesten Schrecken von Moria weisen. Die Drüsen der Kriecher, die durch das Wasserberg gleiten, geben einen seltsamen Geruch ab, der den Feind anlockt. Dies wurde einem Abendzwerg der Expedition zum Verhängnis. Wenn ihr die uralte Kreatur anlocken wollt, müssen den Köpfen, die ihr bereits für mich besorgt habt, die Drüsen dieser glühenden Kriecher hinzugefügt werden. Macht euch nun auf zum Wasserberg und tötet die glühenden Kriecher, die sich dort breit gemacht haben. Wenn ihr genügend Drüsen gesammelt habt, kommt zu mir zurück, damit wir die letzten Vorbereitungen für euch treffen können. Da hätte ich jetzt gesagt, da müsst ihr nicht mit dabei sein, wenn ich die Drüsen sammle, weil wir die, die habt ihr ja eh schon gesehen. Diese Drüsen. So, jetzt gucke ich mal, ob wir einen Punkt haben. Ne, schade. Beim nächsten Stufenaufstieg dann. Wir brauchen Wasser. Frisches Wasser. Und die lässt sich, lässt sich hier drin offenbar finden. Ich höre auf alle Fälle schon mal was rauschen, da komme ich aber nicht rüber. So, wo ist das Wasser, das wir brauchen? Hier ist auf alle Fälle alles abgesperrt. Hier gibt es kein frisches Wasser. Das sieht doch nach wunderbar frischem Wasser aus hier. Ein bisschen versifft, aber ganz ist okay. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen, für das Süßwasser müssen wir hier runter. Wir müssen Rache aus dem Grab, das ist ganz hier im Osten. Salz in der Wunde. Und das Buch hier, da werde ich gleich jetzt mal schauen, weil die Folge schon wieder vorbei ist, wie das hier weitergeht. Und wie gesagt, die Drüsen der Glühwürmer, die hole ich jetzt einfach schnell aus dem Wasserwerk. Und was da hat man mir glaube möglichst gut, wie das Und wie gesagt, dass das auf dem Wasser verbauten, sondern anderen Und wie gesagt, sie nächsten Change academic